x da gott müssen erstmal trinken und noch einen drauf trinken und umschmeißen das erste des lebens haben wir da hätte ich aufpassen müssen jetzt mal eben habe ich aber nicht sturmangriff noch rein so weiter sein sein sturmangriff da macht als magier so und klammer gesetzt müssen wir eigentlich ausweichen was wieder super funktioniert hat stimmel mal gleich und unsere karte ist mal wieder gestorben mal wieder aber kommen den kriegen wir den kriegen wenn die kriegen wir das schaffen das schaffen wir das schaffen ein ende ist nah und wieder nah das ist ein kleines bisschen zu spät reagiert los schmeiß ich um seid betäubt auf den boden erst mal was trinken erst mal was trinken erst mal was trinken er macht sein ja ausgewichen sehr gut nächster alter trinken ist hier nicht nur mal so da trinken noch mal ich glaub das nicht trinken ist nicht verboten gerade als monster darf man nicht hast die regel nicht lesen ja das war aber extrem laut wir sind krass zwei level jetzt schon aufgestiegen in so einer kurzen zeit hohohohoho das mal gleich gucken was haben wir denn hier haben wir irgendwas schönes für uns ein bisschen schwächer für mage schade ja naja naja wieder auf zwei schweiz gehen ohne bessere rüstung ja das tempo gibt mission dabei kriegt geht dafür hoch nehmen wir nehmen wir ist genau dasselbe aus das unter mehr hp hat dass der ring das ist keine ahnung so ungefähr und 25 platikums perfekt sieben kommen da ist nichts weiter von gut dann machen wir jetzt die rest der burg nur eben fertig hier und guten alles was geht da war eine gingsinn suppe zum beispiel da ist noch eine bombe die wahrscheinlich wieder ja genau das sagte mir schon welche stufe nach kann man nicht und wir können jetzt reiten also retten wir davon wie es aussieht auch mal katze zu reiten ehrlich wir sind ja gemein kann man sturmangriff machen man kann schon man kraft hat so bist du danke das ist eine hummels obacke ich mal eben fertig machen damit ihr auch was sie wenn ich sie nicht so für sich auf die katze wieder rauf und weiter geht auch sammeln vielleicht genauso dann packen wir jetzt auch noch die dahinten eben die besiegen wir mal eben ganz schnell auch so ist unser waffen rating jetzt eigentlich schon wieder ziemlich niedrig gut sturmangriff ich sehe nichts nichts da ja machen wir uns hier auch noch hin oder was hier na los alter jetzt müssen wir hier noch was trinken ich gehe mal weg ich denke jetzt erst mal was ja wie schön wir müssen auch schon wieder trinken kurs kurs danke damit werden ja auch besicht wo sonst eine katze schon wieder geschoben schon wieder gestorben schon wieder gestorben müssen wir so raus jetzt eben noch mal schnell was essen einige sind so die wir uns hier aufgegabelt haben da unsere katze betäubt und vergiftet wie schön überhaupt nicht dann reiten wir mal zurück nach draußen so mal gucken was ja auch was wir noch treffen hier war hier nicht auch noch ja sieht uns genau sofort aus lichter darf nicht mit uns machen nein und ist schon gleich besiegt sehr schön jetzt trinkt er schon wieder hier sag mal seid ihr alle solche säufe oder was hier oh das ist eine wache na die machen wir eben schnell fertig na komm her aber nicht weil so viele hier sind noch etwas einige granate trinken raus weglaufen na geh na super hoffe die fett button einfach wir versuchen es als nächstes tun wir Los komm, die packen wir, die packen wir So, das betreut Jetzt zu dir Los, zack, 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 die schaffen wir schon Komm, 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 komm Ja, los Und ihr auch noch Wow Nicht gleich übertreiben hier, ne, gleich übertreiben Das wäre mal schön, wenn wir kurz noch mal eine neue Wasserzelle draus springen Dann müssen wir die anderen nicht verbessern In den Platinum Coins Weil ansonsten, weil ich manchmal die ICS-Büritz und so, die wir auch auch schon gesammelt haben Die möchte ich mal bald benutzen, damit wir auch die Gegner vereisen können und alles Aber dafür, die würde ich nicht auf einer schlechten Waffe, sondern gleich auf einer guten Machen So, fordern wir das hier Food, da mal ein Muffin Ein Pumpkin-Muffin Also, nehmen wir mal dasselbe essen Oder es mal eine Bombe Falls es geht Wahrscheinlich nicht Was haben wir hier eigentlich? Stufe 1, Stufe 10 Dann haben wir Stufe 20, 29 und 26 Ich möchte mal kurz was gucken Ist das zufälligerweise nach unseren Dings aufgeteilt? Wo sind denn unsere Tränke hier? Tränke? Ah, da Okay Könnte sein Ey Kann man die Tränke nebeneinander machen? Tränke kann man nehmen Man kann das sortieren Super Genial Boah, damit befassen wir uns jetzt aber nicht Würde jetzt schon lange dauern Aber wir haben hier schon etwas sortiert Ist doch super, oder nicht? Die Paint-Apps müssten noch zusammen Und die Suppen Und die Bomben natürlich auch Ähm So, jetzt ist die Frage Da haben wir ja so mega viele Gegner auf einmal Wir stimmen einfach mal rein Auf der Haftung Das ist jetzt irgendwie schon Okay, irgendjemand ist schon besicht Keine Ahnung wer Ich sehe hier kaum was Ich mach mal nicht Ah Herrgott Und wir sterben gleich Hilfe Nicht schon wieder Nicht gegen die Komm, komm, komm Ich hab's an die Fahrzeuge Na komm her Dein Ende ist gekommen Dein Ende ist gekommen Dein Ende ist gekommen Ich bin der, der hier neben darf Ah Als Frosch Besicht Warte mal, da unten ist ja immer noch einer Oh Gott, der Herr Da komm mal her So, auch Besicht Schöne Sache So, das heißt Wir müssen aber wieder was essen Unsere letzte Ginsensuppe Ne, vorletzte Okay Ei, 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 ei Von den Ginsuppen müssen wir uns langsam verabschieden Leider Okay, da hinten sind auch noch Und dann wäre es eine Sackgasse gewesen Also gut, dass wir heute nicht nochmal versucht haben Hier hoch seine anderen gegangen sind Ansonsten Äh, hätten wir uns vielleicht schwarz und grün So Dann machen wir die restlichen da jetzt auch eben fertig Aber da müssen welche Respawns sein wieder, ne Glaube ich So Fünf Stück haben wir noch davon Oh, das ist nicht viel Hä So Ist er ein Magier? Ne, aber doch ist Magier Na komm her Auf dich geht's als erstes Auch wenn ich die schon wieder nicht sehe Äh Los Können wir da keine Magieangriffen machen Ah, die sind nämlich die stärksten mit Abstand Ich komm hier nicht weg Hallo Wie nett Ich sperrte mich da ein Na komm her Okay, hier ist noch ein Bogenschützer Das wird der hier wahrscheinlich sein Nein, ist er nicht? Wo ist denn der? Oder war das der Magier die Geräusche gerade? Ich glaub, es war doch der Magier, ne Na, super Ah, komm Ah Also manchmal ist er der Bock noch blöd Ein bisschen mit ihm sehen Wenn ich ehrlich sein darf Aber das ist ja nicht schlimm Also Ich kann mich nicht beschweren Ich mag dieses Spiel ohne Ende Außer ist es vielleicht noch ganz leicht verpackt Ist vielleicht So, keine Machen Na ja Kann mir das hier mal zügig gehen Ich glaube mit 300 Dem können wir da unterwegs Durch die Gegend laufen Wird schon klappen Ähm Und da würde ich sagen Wir rennen jetzt nochmal nach Hause Oder wir gehen jetzt nochmal zum Canyon Entschuldigung Leute Irgendwie musste ich mich jetzt mal gerade stark häuspern Oh, ne Ginseng Die sammeln wir gleich ein Wir müssen auf jeden Fall alles einsamme, was wir sehen Eigentlich war ich jetzt ja dafür, dass wir die Herzblumen einsammeln Und möglichst sowieso alles Ja, das können wir ja auch noch machen Also ist ja nicht weiter schlimm eigentlich Währenddessen Auch noch So Und ähm Wollen wir versuchen jetzt einen Rahmen zu holen So Unser Futter Mango Magst du das? Nein Das hier Das hier Das hier Das hier Das Das Okay Katze, komm her Wir haben hier einen Gegner zu legen Auf Wiedersehen Sag ich nur So So Komm her Komm her Ihr seid erledigt Schöne Sache Das ging schön schnell Ähm In welche Richtung müssen wir denn eigentlich? Nach Süden Weiter in den Süden Oder war das Herzblumen? Die sammeln wir dich sofort auf Komm her, Herzblume Du bist uns das jetzt Ähm Haben wir eigentlich schon einen Collie? Ich glaube nicht, ne? Aber ich meine Wenn ich mich nicht täusche Die brauchen Bubblegum Bubblegum Wenn ich mich nicht täusche Ich habe mich schon mal gezähmt Denken Ich weiß, ob ich drüben was Ich meine es war Bubblegum Und das kann man kaufen Im Laden Und deswegen würde ich sagen Oh, Herzblume Bleibt ja Da hinten ist noch eine Die holen wir uns auch Und dann geht es weiter ab In den Süden So Ähm Da ist noch eine Herzblume Da ist noch Cotton Mä Danke So Ab zunächst Herzblume Ähm Vielen Dank So Dann ist hier nochmal ein Ginseng Das sammelt auch ein Sehr schön Und dann greifen wir mal wieder hier auf unserer Katze Sag mal Also Dein Schwimmtalent ist Wirklich sehr gut Ah Wir haben nicht aufgepasst Wie trägt der in sich Oh Gott Und wie kommen wir nicht hoch Äh Los Lauf weg One way Ah Los Zack Zack Lauf Lauf Kommt uns Immer noch Oder Nein Da kommt uns nicht mehr In der Wie schön So Dann gehen wir mal so eben weiter Eine Herzblume Eine Herzblume Die müssen wir einsammeln Oh Weiter Machen wir die fertig Die machen wir eben fertig Na komm her Komm her Komm her Alle auf einen So Euch machen wir eben fertig Oh die sind aber doch recht stark Ich glaube ich muss ein Heiltränk verschwenden Oh Wacke So war das nicht Ah Na kommt her Aber euch haben wir jetzt aber gleich Oh Einer ist erledigt 6 EXP Zwei das erledigt Und Der dritte ist auch erledigt 6 7 Und 7 EXP Und unsere Katze hat das wieder mal nicht überlebt Aber die ist auch schon level 9 Ach schön Wenigstens level 9 Ich muss mal kurz mal ein Mikro wiederrichten Kennt ihr ja Ne Das typische von mir Mikro riechen Herzblume einsammeln Das konnten wir nicht mal aufsammeln So viel weiß Genau Da war man voll Ich weiß aber noch nicht Wofür man Spinnenweben gebrauchen kann Ehrlich Da habe ich noch gar keinen Plan Müsse ich mal im Internet gucken Oder ihr könntet mir das vielleicht verantworten Ähm naja gut Weiter geht's Eine Herzblume noch Und noch eine Wo ist noch eine hier Oh da würde ich mein Haus bauen Geschützt von Wasser Das wäre genial Oh freue ich mich schon Wenn man ein eigenes Haus bauen kann Aber ich glaube ich brauche das lieber in der Stadt Ist besser oder Ich weiß nicht Ah ja und ich habe gelesen Es gibt ja irgendwie Portale Ich weiß jetzt nicht Ob die unter diesen Stein sein könnten Die sehen denn auch so ganz besonders aus Äh oder ob die jetzt wirklich nur so zu finden sind Ich glaube unter den Stein waren sie Aber wo und wie und hast du nicht gesehen Äh und die sollen auch ziemlich schwer zu finden sein Also ist es eine Sache die man schon aufgeben kann Nein die geben wir natürlich näher auch Wir werden schon Portale finden und die auch nutzen dann Aber äh das kann auf jeden Fall noch ein bisschen dauern Und ich muss irgendwie nochmal lesen wie man die jetzt finden kann Weil ich habe ehrlich keine Ahnung So bei dir war ich ehrlich konnte ich nicht sehen Also kommt mir jetzt mal mit So Ja komm her Komm her Plane Runner Wo ist der dritte So alle beträumt Sehr schön Noch zwei weg Und auch weg Alles erledigt So Da haben wir noch eine Formel aufgesammelt Sehr gut Ich richte nochmal mein Mikro eben Gott was mit dem Mikro ist aber ehrlich nervig Und das rutschiert schon wieder runter Gut ich hoffe dass ihr mich trotzdem gut verstehen könnt Ähm Ja ansonsten ihr wisst ja Ist halt so Ich will da hinten gleich noch die Vögel besiegen Aber vorher noch die Herzblumen einsammeln Und alles Los Sturmangriff Hinna Um mal auf der Katze wieder reiten So feindlich oder freundlich Was bist du? Sag an Er ist freundlich Okay Dann bringt uns das nicht viel Momentan zumindest Und auch hier an der Platzierung So Er damit Er damit Oh hier sind gerade so viele Pflanzen Verdammt Kann doch nicht wahr sein So viele Herzpflanzen Ich muss mal gleich gucken wie viele wir haben Können wir uns noch einige Tränke herstellen So da unten sind noch zwei Die holen wir uns eben auch Oh das klappt auch wieder gut hier mit den Herzpflanzen Sammeln Da können wir sogar jetzt gleich schlafen Aber es wird langsam dunkel Oha Haben wir ein Problem Ah ein Magier Ein Magier Gott der macht viel Schaden Na komm her So komm her Du machst uns ein Schaden Danke So noch eine Herzpflanze Ich glaube da war noch eine Oder Ne Das war nun Wieder ein Blatt Also bei einem Kotten Ist da noch Aber erstmal gehen wir jetzt mal pen Vorsicht So Und in Sturmgeschwindigkeit Juhu Schlafen wir Nein so geht es natürlich schneller Und wir sollten unsere Zeit nicht verblendern Ne Auf jeden Fall nicht So Zack Fertig Da holen wir uns die Kotten Wo ist der Kotten Der Kotten ist da Die holen wir uns eben auch nochmal mit Danke 50 Schaden Genau Sehr schön So jetzt Verrutscht das Mikro zum letzten Mal Verdammte Axt So Jetzt sollte das Mikro ehrlich Warte mal So Jetzt sollte das Mikro wirklich nicht mehr verrutschen Ansonsten Riege ich mich langsam auf So langsam So weiter geht's Wohin des Weges Ich weiß es nicht Es war irgendwo Richtung Süden Dann komm Dann komm Ich erledige Mit Leichtigkeit So Gleich erledigt Komm her Komm her Komm her Du So So Und auch erledigt Fertig Noch mal schön viel Erfahrung geholt Oh Bude